Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich ein Eckventil richtig austauschen und somit in der Küche oder auch am Waschbecken richtig wechseln und abdichten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir die entsprechende Wasserzuleitung im Uhrzeigersinn absperren. Im Einfamilienhaus ist es normalerweise so, dass das Ventil beim Wasserzähler für kalt und warm Wasser zuständig ist. Und bei einem Mehrfamilienhaus kann beides auch oftmals separat für jede Wohnung extra abgesperrt werden. Danach müssen wir unsere Armatur am Waschbecken mal öffnen. Da ich das Eckventil vom Kaltwasser jetzt ertauschen möchte, gehe ich mal mit dem Hebel ganz nach rechts und das mache ich jetzt einfach so lange, bis gar kein Wasser mehr kommt. Nun am besten einen alten Lappen und auch einen leeren Behälter unter unser Eckventil geben. Und jetzt können wir nämlich auch schon entweder mit einer Armaturenzange oder mit einem 19er Gabelschlüssel hier oben diesen Flexschlauch einmal abmachen. Hierfür das Ganze einfach ansetzen, gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen. Danach sollte es auch schon per Hand gehen. Und wir können jetzt sehen, dass das ganze Wasser dementsprechend in unserem Behälter hier unten drunter reinläuft. Danach entweder wieder mit der Zange oder mit einem 17er Gabelschlüssel von unten einmal ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das kann am Anfang etwas schwer gehen, doch danach geht es auf jeden Fall wieder etwas leichter. Da das Eckventil dann auch normalerweise sowieso im Müll landet, kannst du gerne auch bei dem Gewinder hier vorne einmal ansetzen und natürlich weiter drehen. Sonst würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass du sehr vorsichtig damit umgehst. Bei mir hat sich lustigerweise jetzt die Harnverlängerung aus dem Wandanschluss auch noch rausgedreht und das ist eigentlich auch nicht wirklich schlimm. Denn nun müssen wir einfach draußen mal am besten mit dem Gabelschlüssel dagegen halten und anschließend mit einer Wasserpumpenzange das Ganze gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Danach die Harnverlängerung erneut abdichten und dann können wir diese auch wieder in unserer Wand einsetzen. Doch hierfür habe ich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal einmal gemacht. Im Idealfall dreht sich unsere Harnverlängerung nicht mit und ist in etwa auch bündig mit der Wand bzw. mit den Fliesen. Danach sollten wir noch darauf achten, dass keine alten Rückstände wie zum Beispiel Hanf hier noch drinnen im Gewinde ist. Das Gewinde ist bei mir jetzt auch sauber und danach können wir auch schon mit der Montage von dem neuen Eckventil beginnen. Dieses gibt es meistens in der Variante mit einem Dichtungsring und auch ohne Dichtungsring. Ich beginne jetzt mal mit dem Modell, was keinen Dichtungsring besitzt, also nichts Selbstdichten ist. Und hier haben wir eigentlich im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten, das sauber abzudichten. Entweder mit Hanf oder auch mit Teflonband. Ich persönlich habe hier die Meinung, dass ich Teflonband auf jeden Fall nicht weiterempfehlen würde, da Teflonband zwar beim Reindrehen alles komplett dicht macht, aber das Problem ist, wenn wir das Eckventil anschließend zum Beispiel etwas zu weit gedreht haben und wieder leicht zurückdrehen möchten, dann kann es bei dem Teflonband auf jeden Fall der Fall sein, dass es undicht wird. Das Problem haben wir bei Hanf nicht, da können wir auch gerne etwas zurückdrehen. Wenn du natürlich trotzdem das Ganze mit Teflonband abdichten möchtest, dann gibt es hierfür auch wieder ein extra Video auf meinem Kanal. Zum einen Hanfen muss das Gewinde vorne auf jeden Fall aufgeraut sein und in meinem Fall hat das die Firma Shell glücklicherweise schon erledigt. Wenn nicht, also wenn das Gewinde hier noch glatt ist, dann am besten mal ein Sägeblatt verwenden und das wirklich schön gewindeübergreifend machen. Im nächsten Schritt unbedingt die blaue Schutzfolie von unserer Rosette mal entfernen, denn diese müssen wir jetzt unbedingt davor richtig rum noch auf unser Eckventil drauf geben. Das ist wieder der klassische Fehler, den man leider oft genug im Leben macht. Als nächstes müssen wir uns etwas Hanf abreißen. Bei der Gewindegröße sollten normalerweise ca. 20 cm auf jeden Fall ausreichen und ich gehe dann gerne auch nochmal mit den Fingern hier so leicht drüber, dass wir auch irgendwelche Verknotungen schön entfernen können. Nun geht es darum, den Hanf in Gewinderichtung auf unser Gewinde aufzuwickeln. Hierfür nehme ich gerne das Ende von meinem Hanf, halte es in der linken Hand fest. Ich bin übrigens Rechtsänder und dann gebe ich den Hanf nämlich hier um meinen Daumen noch etwas rum und kann somit auch schön vorne beginnen, das Ganze einmal rumzuwickeln. Hier würde ich noch auf jeden Fall darauf achten, dass wir den ersten Gewindegang auf jeden Fall freilassen. Dadurch kann man das Eckventil im Nachhinein leichter eindrehen und wenn wir ein, zwei Umdrehungen gemacht haben, dann nehme ich mir noch die andere Hälfte, wo ich ja gerade noch festgehalten habe, ziehe das Ganze schön straff und kann somit dann auch den Rest auf mein Eckventil draufwickeln. Hier gilt auf jeden Fall, Übung macht den Meister. Bei mir hat das am Anfang auch nicht so schnell geklappt und wenn es dann in etwa so ausschaut, dann nehmen wir mal noch eine Drahtbürste zur Hand und bürsten unseren Hanf jetzt in Gewinderichtung in unsere Gewindegänge hinein. Im letzten Schritt geben wir noch etwas Vermiet auf das Gewinde drauf. Das ist einfach eine spezielle Gewindedichtungspaste und das können wir jetzt auch im Uhrzeigersinn richtig mit den Fingern auftragen und somit haben wir unser erstes Ventil auch schon richtig vorbereitet. Bei der selbstdichtenden Variante geht das Vorbereiten auf jeden Fall schneller, denn hier müssen wir wieder unsere Rosette ohne der Schutzfolie dementsprechend richtig rum auftragen und danach am besten noch etwas Spezielles Vermiet hier vorne auf diesen Dichtungsring drauf geben. Das hat einfach den Sinn, dass wir dadurch das Eckventil deutlich leichter eindrehen können. Anschließend funktioniert das Reinschrauben bei beiden Modellen relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir es per Hand gerade ansetzen und schauen, dass unser Gewinde auf jeden Fall richtig packt. Bei mir ist das jetzt schon geschehen und jetzt kann ich mal per Hand noch so weit das Ganze rein drehen, bis es nicht mehr weitergeht. Und anschließend müssen wir entweder wieder unsere Armaturenzange zur Hand nehmen oder den entsprechenden Gabelschlüssel. Wir können jetzt auch schön sehen, dass ich mit meinem 17er Gabelschlüssel leider nicht mehr weiterdrehen kann, und damit natürlich was anderes von dem Waschbecken im Weg ist. Und hier noch ein kleiner Tipp, normalerweise ist beim Kauf von so einem Eckventil immer so eine Kappe noch mit dabei. Die habe ich jetzt ordentlich im Uhrzeigersinn auf dem Gewinde festgedreht und jetzt kann ich mir mal noch einen 19er Gabelschlüssel zur Hand nehmen und diesen hier vorne aufsetzen und somit das Eckventil wieder dementsprechend weiterdrehen, bis ich mit meinem 17er Gabelschlüssel von der anderen Seite wieder schön hinkomme. Die optimale Position von dem Eckventil ist, wenn der Anschluss für die Armatur relativ senkrecht nach oben schaut. Bei mir sollte das auf jeden Fall passen und laut meinem damaligen Meister reicht es bei Hanf auch aus, wenn zwei bis drei Gewindegänge auf jeden Fall komplett in unserer Hahnverlängerung verschwunden sind. Dann sollte es auf jeden Fall dicht sein. Laut der Firma Shell ist eigentlich bei einem selbstdichtenden Modell nur wichtig, dass dieser Gummiring auch komplett in der Hahnverlängerung verschwunden ist und laut der Firma kann man das Ganze auch um 180 Grad wieder zurückdrehen, ohne dass es Unlicht wird. Ähnlich wie bei Hanf auch. Nun können wir unsere provisorische Einschraubhilfe einmal von dem Eckventil wieder runternehmen und anschließend unseren Flexschlauch auch wieder daran festmachen. Wichtig ist, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass auch die Gummidichtung noch ordentlich vorhanden ist und dann reicht es aus, wenn wir es erst einmal per Hand an dem Gewinde schön festschrauben. Danach den Flexschlauch oben mit der Wasserpumpenzange festhalten und unten mit der Armaturenzange bzw. dem Gabelschlüssel festdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich unser Flexschlauch oben nicht verdrehen kann. Als nächstes achten wir darauf, dass unsere Armatur und auch unser Eckventil ganz geöffnet sind. Und nun drücke ich mein Schrägsinnsventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, sodass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Den selben Trick können wir übrigens auch bei unserem neu eingebauten Ventil jetzt super anwenden. Beim Eckventil kann gleichzeitig übrigens auch gerne eine zweite Person noch alles kontrollieren und wenn man mit den Fingern keine Undichtigkeit feststellen kann, dann gerne noch die Armatur einmal dementsprechend schließen und erneut mit den Fingern tasten, ob alles auch dicht ist. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich die Rosette an die Wand schiebe und somit dann auch ein Eckventil richtig ausgetauscht habe. Wenn du dir viel zu Hause jetzt übrigens ein neues Eckventil, eine Armaturenzange oder auch gleich Hanf bzw. Vermiet zulegen möchtest, dann am besten mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.